Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Das Königreich Valencia hat einen neuen König. Girard heißt er und niemand weiß so richtig, was man von ihm halten soll. Viele Geschichten werden von ihm erzählt. Die einen erzählen Merkwürdigkeiten. Manche behaupten, er wäre wahnsinnig. Hier und da gäbe es ganz schreckliche Gerüchte über ihn. Andere schätzen seinen Edelmut, seine Gerechtigkeit, seine schnelle Entschlusskraft und auch seine stattliche Statur und außerdem auch die Königin, die aus gutem Hause ist, aus großem Hause, zu den Karolingern gehört und ihm ein Bündnis mit dem Mächtigsten Reich mit Akitamien beschert. Wir werden sehen, was seine Regentschaft, was seine Herrschaft bringen wird. Als erstes gibt es ein paar Angelegenheiten zu klären und die dringendste ist die Sache mit seiner Mutter. Aber hier stelle ich mir so vor, dass ein deutliches Gespräch es genügt, zumal sie ja auch hier mit der Lüse nach wie vor belastet ist und man sie auf diese Art und Weise leicht diskreditieren könnte. Denn es ist möglich, die Sache, glaube ich, ganz einfach zu klären, nämlich indem man ein Bündnis aushandelt und sie ist auch mehr als Bereich, dies zu akzeptieren. Und wenn sie das akzeptiert, heißt das am Ende auch, dass sie keiner Fraktion beitreten kann. Insofern ist diese Bedrohung eigentlich schon mal vom Tisch. Wir werden gleich sehen, ob das klappt. Eine zweite wichtige Entscheidung ist zu treffen und das betrifft den Onkel Prinz Ugg. Komischerweise ist hier alles ausgegraut, verstehe ich auch nicht ganz. Prinz Ugg ist sein Onkel, ist der Bruder seines Vaters und sitzt nach wie vor bei uns im Gefängnis, weil er sich ja mehr oder minder aufgelehnt hatte. Ich glaube, den Krieg hatte, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hatte er damals gegen den Haupterben gemacht, nicht gegen unseren jetzigen König. Der Krieg lief, glaube ich, hier unten von Morsia aus und Granada gehörte dem Haupterben und da wollte er irgendwas erobern. Insofern gibt es da, glaube ich, keine alten Geschichten. Hinzu kommt, dass ich denke, dass unser König ein kritisches Verhältnis zu seinem Vater hatte, also eher ein distanziertes. Ich glaube, er war scharf darauf, selbst bald die Macht zu übernehmen. Und ihm ist es durchaus gelegen, dass er weitere relativ mächtige Herzöge-Bündnispartner hat im Reich. Und insofern wird er Folgendes tun. Er wird ihn einerseits vergeben, er wird also die Denunzierung zurückziehen und andererseits wird er ihm aus dem Gefängnis entlassen, die Freilassung verhandeln. Allerdings nicht ohne... Ah, warte mal, was hat er denn für Ansprüche einfach noch? Hm, er hat natürlich Ansprüche auf ganz Valente. Okay, ich glaube, das ist entscheidend. Nicht ohne, dass er seine Ansprüche aufgeben muss. Und wir erhalten sogar ein Druckmittel. Das findet er wiederum nicht so toll. Aber das ist natürlich die Bedingung, die jetzt mit ihm aushandelt. Und insgesamt, denke ich, kann er da ganz zufrieden sein. So, das ist auch nochmal eine sehr wichtige Entscheidung gewesen. Im Übrigen, die Sache mit dem Geld sollte sich tatsächlich meines Erachtens lösen, weil wir zum Beispiel noch gar nicht die Einnahmen von Cordoba haben, weil die Gebäude hier alle erst beim Monatswechsel irgendwie zum Tragen kommen. Wir schauen mal. So, er nimmt jetzt das Angebot des Vasallentums an. Okay, sehr schön. Mit reduzierten Banden. Damit ist er unser direkter Vasall. Hervorragend. Und auch das ist eine Machtsteigerung. Wobei, ich glaube, das würde dann wieder aus dem Reich herausfallen. Nicht wahr? Wenn er wirklich der Erbe ist. Hm. Was kann man dagegen tun? Wird uns das hier signalisiert? Reich verliert Land, wenn der Vasall stirbt. Ja, in der Tat. So wird es auch passieren. Warte mal hier. Das werden wir mal kurz... Ne, oben benennen will ich es nicht. Das will ich kurz mal reparieren. Wir können nur, glaube ich, dem zuvorkommen, indem wir ihm den Titel dann aberkennen. Das ist aber ein radikaler Akt der Tyrannei. Ja, als Wahnsinniger. Aber ich will ihn jetzt nicht so wahnsinnig spielen, dass er einfach nur irgendwie kompletten Unsinn macht. Sondern ich will das mal verstärkt so auf diese Reaktion und Events reduzieren. Ja, ich denke, wir werden da jetzt erstmal nichts Großartiges unternehmen. Ich will erstmal sehen, im Übrigen, was jetzt mit unseren Herzogtümern, unseren Gebäuden wird, unserem Einkommen. So, diese Geschichte hat sich jetzt auch geklärt. Uck wird entlassen. Bündnis ist geschmiedet. Damit ist die Fraktion auch aufgelöst. Hervorragend. Es gibt allerdings eine andere gefährliche Fraktion. Leute, die... Ah ja, okay, hier ist noch jemand beigetreten. Podestatin Eudossia von Luni. Und Graf Schill von Tarragona, der würde gerne in den Rat. Kommt er aber nicht. Kann man einen von diesen irgendwie auf unsere Seite ziehen? Vor allem Soniario wäre eigentlich eine wichtige Person. Ja, man könnte natürlich versuchen, Freundschaft vielleicht erstmal eine Beeinflussung. Ein Geschenk wäre auch möglich. Gäbe uns Anspannung und sehr wenig Meinung. Wir werden mal mit ihm reden. Machen wir es mal auf diese Art und Weise. Mal gucken, ob das zum Erfolg führt, wobei die Fraktion wahrscheinlich vorher relevant werden wird. Aber gut. Aha, wir können, weil wir ungeduldig sind, Komplotte vorantreiben. Das finde ich gut. Das machen wir direkt mal, jetzt oder nie. Damit kriegt die Beeinflussung einen Fortschritt, der aber nicht wirklich spektakulär ist. Wir haben übrigens noch ein Hof-Event. Es geht um unsere Gattin. Okay. Lukulischer Exzess. Jeden Tag scheint es, als würde man an meinem Hof nur über das nächste Fest mal reden. Und viele hier sind in letzter Zeit recht stattlich geworden. Aldericem Mund verschwindet? Hä? Alderic? Okay, das ist irgendwie merkwürdig. Das kulinarische Treiben wird davon befeuert, dass Königin Benoit, Katharina und Jahaf sich beständig regelrecht darum balgen. Meinen überarbeiteten Köchen das nächste denkwürdige Mal abzuverlangen. Heute ist es mein... Heute ist es mein Gemahlin Benoit. Sich die Lippen? Was? Erzbischof Betron seufzt abschätzig. Diese flüchtigen Freuden sind nichts verglichen mit der Gnade, wie sie Gott schenkt. Okay, ich kann es kaum erwarten. Das finden die alle gut. Ja, wir sind verschwenderisch. Also wir mögen sowas. Nur das Beste für meinen Hof. Nö, ich kann es kaum erwarten. Wobei, ich sagte ja eigentlich, wir wollten hier... Der Wahnsinn sollte ja hier mal zum Tag kommen. Stoppt. Okay, okay, passt auf. Dann werde ich würfeln. Ich muss kurz überlegen. Ja, nehmen wir nach der Würfel. Für vier Sachen. Okay, also so, das will ich jetzt mal konsequent machen. Ich wirf eine Vier-Zweit-Entscheidung. Nur das Beste für meinen Hof. Nicht ganz so wahnsinnig, aber okay. So. Fraktion wurde geschaffen. Eine Freiheitsfraktion. Hofhalten werden wir gleich machen. Die nächste Fraktion wurde... Ach, Prinz Eneko. Okay. Der möchte da irgendeinen anderen Typen zum König machen. Interessant. So, jetzt haben wir unsere tatsächlichen Einnahmen. Und wir sehen, das sieht ja ganz solide aus. Oh, er ist immer noch dabei, Geheimnisse aufzuspülen. Ich glaube, das werden wir mal beenden. Emma hatte irgendwie eine Affäre. Ja, das ist gut zu wissen. Aber das muss jetzt nicht mehr erspitzelt werden. Wir werden Komplotte stören. Jetzt hier erst mal einstellen. Gut, nachdem wir also unsere echten Einnahmen wissen, sind wir erst mal beruhigt. Das heißt, wir brauchen eigentlich beim Hofpersonal auch nichts weiter zu tun. Ich würde sagen, als nächstes werden wir Hof halten. So, und auch hier wird jetzt der Wahnsinn aus ihm sprechen. Das kann ich schon mal versprechen. So, bitte stelle anhören. Mal gucken, wer kommt. Diesmal nur zwei Leute. Ist ja enorm. Salmon Wandernd und Prinz Ök. Oh, okay, alles klar. König, ich komme mit der Bitte, dass ihr jene Priester aufhaltet, die das Volk von Cordoba belästigen und es dazu bringen wollen, den Katholizismus anzunehmen. Wir folgen der andalusischen Kultur und unsere Tradition erscheint sich von denen des valencianischen Volkes. Erlaubt es uns, die Bräuche unserer Vorfahren beizubehalten und Allah verehren zu dürfen. Sei gnädig, mein Fürst. Gut. Gerade am Hof macht sich dann der Wahnsinn, glaube ich, sehr schnell deutlich. Ich würfle und es wird eine 6. Also, der Tod erwartet euch Ungläubiger. Das findet Bertrand ganz großartig. Wir bekommen religiöser Eifer. Andere glauben minus 5. Und Schrecken und Frömmigkeit. Ja, so schnell löst man die Probleme. So, nun kommt unser Onkel. Anscheinend hat mein Onkel beim Warten auf eine Audienz eine innere Wut aufgebaut. Herr, wie Herzog Israk im Reich duldet, besonders inmitten des Adels. Gott hat seine Forderungen an uns klargemacht. Valencia sollte ein Land der Gläubigen sein. Raus mit den movaleditischen Hunden. Okay, das ist der Herzog in Navarra. Mal sehen, was unser wahnsinniger Herrscher jetzt tut. Eine 1. Ihr habt recht, Herzog Israk muss konvertieren. Gut. Damit kriegen wir eine kritische Anspannung, weil wir gerecht sind. Entweder er stimmt zu, dann konvertiert er oder er lehnt ab, dann könnten wir ihn einkerkern. Okay, mal gucken, was er sagt. Er verweigert das. Das ist als Verbrechen jetzt ausgewiesen und damit ist eine Einkerkung möglich. Wir werden aber überwältigt von Anspannung und es ist die Stufe 3. Oh mein Gott. Was passiert jetzt? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich erleben. Fehlverhalten. Alles ist falsch. Die Wände in meinem Gemach sind falsch. Der Boden ist falsch. Selbst die Luft ist falsch. Oh, das klingt ja echt nach einem Wahnsinnigen. Warum ist alles falsch? Wer hat dafür gesorgt? Wer hat alles falsch gemacht? So, es wird wieder gewürfelt. Und eine 3. Es ist nur die Schuld von Benoit. Das weiß ich einfach. Oh mein Gott. Wir töten sie. Wir werden Mörder. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er ist wirklich wahnsinnig. Ja, es ist so. Wir haben die Königin getötet. Und damit ist auch das Bündnis mit Akitanien ausgelaufen. Ja, also ich würde mal sagen, der Wahnsinn macht sich hier wirklich erkennbar, erkenntlich. Er wird deutlich. Ja, das ist natürlich für ihn jetzt aber auch ein großes Problem, weil er im Prinzip keines, also ohne den König kann er zum Beispiel keine kriegerischen Ziele hier gegen die muslimischen Mächte erreichen. Das ist dann halt so. Und Domänenschwelle ist jetzt auch zu hoch. Wie ist das eigentlich? Ich glaube, man bekommt nur kein Geld für neu erworbene Domänen. Aber die, die müssten jetzt eigentlich weiter normal abwerfen. Ah, um 20 Prozent reduziert wegen überschrittener Domänenschwelle. Aber da muss man nicht sofort reagieren. Das wird sich noch zeigen. So, wir sind jetzt natürlich nicht verheiratet. Tja, nach diesem Wort, ja, also wir werden uns natürlich eine neue Frau nehmen, aber das müssen wir erstmal ein bisschen sacken lassen. Ich glaube, wir sind ein bisschen erschrocken über uns selbst und werden, ah, wir können auch die Bande mit Prinz Ygg ändern. Als Gieriger könnte ich mir vorstellen, dass wir unser Druckmittel hier auch einbringen, um die Feudalsteuern hochzubringen. Ja, finde ich gut. Wird geändert. So. Und Herzog Isra kann auch noch eingekerkert werden. Richtig. Stimmt. Das wird aber fehlschlagen. Da gibt es einen Aufstand. Der ist aber nicht sehr mächtig. Ist die Frage, ob wir das tun wollen? Hm. Wir werden erstmal was anderes tun. Wir werden uns zurückziehen. Das müsste doch eigentlich gehen, oder? Ah, Flauschstreichel. Ne, wir sind offenbar schon noch bei irgendeiner Aktivität. Wir können im Moment gar nichts. Müssen wir kurz mal abwarten. Fraktion hat sich aufgelöst. Prinz Eneko, okay. Bei was für einer Aktivität sind wir denn gerade noch? Beim Umbringen unserer Frau? Hm. Ganz komisch. Welche Aktivität ist denn gerade am Start hier? Irgendwas muss erst beendet werden. Wir können im Moment nichts tun. Ich würde gerne Flausch streicheln. Stelle ich mir richtig gut vor. So als wahnsinniger Herrscher seine Frau umbringen und dann die Katze streicheln. So, jetzt scheinen Aktivitäten beendet zu sein. Das passt. Wir könnten gleich ein exotisches Fest mal geben. Wir könnten gleich ein exotisches Fest mal geben. Passt vielleicht auch. Trivialtitel verkaufen ist auch gut. Einiges ist hier möglich. Aber wir wollen erst mal, wir wollen, wir streicheln einmal Flausch. Als ich in meinem Gemach komme, schläft Flausch dort friedlich und als ich mich neben meine Katze setze, begrüßt sie mit einem leisen, verwirrten Maunzen. Als ich dann jedoch meine Finger durch ihr orangefarbenes Fell wandern lasse, fängt sie schnell an, zufrieden zu schnurren und das Geräusch entspannt mir Körper und Seele. Ah, danke mein Freund. Okay. Und gleichzeitig werden wir uns zurückziehen. Lebt wohl Welt. Wir sind erst mal wieder allein. Wir finden endlich etwas Frieden. Warten wir da mal ein bisschen ab. Okay. Ansonsten habe ich gesehen, dass wir Folgendes tun können. Wir können den Markt besuchen, Gold ausgeben, um den Geist zu sammeln. Ja, das ist auch was Schönes, um sich zu beruhigen. Das machen wir auch. Füllt meine Börse. Wieder die Anspannung der Preis, den wir zahlen. Ja, sehr schön. Zwei hier vorne, einen Augenblick drei. Wir verlieren Gold und weiter Anspannung. Okay. Ist es Liebe? Oh. Ich kann mich kaum noch daran erinnern, wie mein Leben war, bevor Richenda mir ihre Gefühle gestand. Ich fühle mich geschmeichelt, aber ich bin auch überwältigt von ihrer Zuneigung. Ich sehne mich nach etwas Ruhe und Frieden. Leute, die Frage könnte sich ja jetzt schon geklärt haben. Ach. Die ist... Okay. Die ist die Frau des Grafen der Provence. Aha. Und doch mache ich mir Sorgen. Werfe ich da etwa meine einzige Hoffnung auf wahre Liebe vor? Das kann nicht richtig sein. Oder doch? Hm. Ja, gut. Ja, ich würde sagen, der Wahnsinn, der spielt hier weiter mit. Insofern werde ich auch hier würfeln, auch wenn das irgendwie nahe liegt. Da wusste ich gar nicht, dass wir verliebt sind. Warum hatte ich die Info nicht? Was ist da passiert? Wir würfeln und ich würfel eine 3. Sie hat zumindest ein Kuss verdient für ihre Hingabe. Hm. Okay, das heißt, sie wird zwar nicht unsere Seelengefährtin, aber wir sind weiter verliebt, oder was? Die wilde Jagd. Die wilde Jagd. Ich glaube, das müssen wir irgendwie weiterverfolgen. Hm. 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 Das heißt, wir müssen ihn irgendwie loswerden, oder? Wie werden wir ihn am besten los? Wir könnten natürlich tyrannisch vorgehen, wir könnten, ja, Mord ist eine, ja, als gerechter Herrscher auch wieder schwierig, aber wie viel gilt jetzt Gerechtigkeit im Zusammenhang mit Wahnsinn? Nee, aber ich glaube, es gibt ja auch normale Momente und ich glaube, da würden wir jetzt nicht sowas unternehmen. Aber vielleicht war der Kuss so süß, dass wir die Sache doch hier ein bisschen weiter treiben wollen. Man muss ja nicht Seelengefährte sein, aber wir können ja mal eine Verführung starten. Joa. Das passt, glaube ich. Anspannung, weil gerecht. Nur weil sie verheiratet ist? Naja, komm. So, Verführung. Bringt uns wieder in den kritischen Anspannungsbereich, oder was? Sieht so aus. Festmahl. Von Erzog Israk. Das ist der, den wir eigentlich verhaften können, der sich geweigert hat. Boah. Ach, wisst ihr was? Hier kommt auch der Wahnsinn zum Tragen. Wollen wir wahnsinnigerweise dahin gehen, oder lehnen wir ab? Eine 4? Nein. Ich muss mich um wichtigere Dinge kümmern. Wir sind ja auch einsiedlerisch. Passt. So, was wir mit dem Typen machen, ist immer noch ein bisschen unklar. Aha. Es gibt soziale Manipulation. Podestatin Eudossia. Redet schlecht über uns. Auch hier gucken wir mal, was der König tut. Achterwürfel. Sieben. Das heißt, wir sind hier unten. Wir können jetzt wagen, den König herauszufordern. Okay, wir erhalten einfach nur Schrecken. Wir schnauzen sie an. Auch das kann ich mir gut vorstellen. So. Passt eine der anderen Aktivitäten hier? Oh, was ist das denn? Die große Talle exotisieren. Ah, wir können den Stil verändern. Auch interessant. Eine neue Mode einführen. Oder wir werden erstmal einen Trivial-Titel verkaufen. Das finde ich gar nicht schlecht. Tja. Was ist denn einsiedlerisch? Verschwenderisch. Ja, einsiedlerisch ist natürlich so eine Sache. Aber ich würde immer sagen, wir sind so phasenweise. Als wahnsinniger König ziehen wir uns mal ab und an zurück. So ein paar Wochen lang ist da nichts von uns zu sehen. Dann kommen wir wieder und dann ist alles ganz anders. Und dann, ja, zum Beispiel wird dann ein exotisches Festmahl gehalten. Das findet dann jetzt statt. Finde ich auch ganz gut. So, hier ist jemand eingetroffen mit einem Anspruch. Interessiert uns erstmal nicht. Willkommen, meine Freunde. Kollateralschaden. Ich habe es gerade so geschafft, mich zu setzen. Hat sich auch schon das Gebrüll. Ah, schon wieder. Es geht um das Hausbanner. Na, mal gucken, wie der Wahnsinn hier reagiert. Zwei auf dem Achterwürfel. Das heißt, Bürgermeister Bernhard, wie konntet ihr? Er muss bezahlen. Die Baronin, die findet es gut, dass wir uns auf ihre Seite geschlagen haben. Haltbarkeit hat sich aber verringert bei dem Artefakt. Rivale und Vasal in Nöten. Ach, wir haben einen Rival inzwischen. Bürgermeister Bernhard, okay. Durch diese Aktion gewonnen. Eine Gruppe Gäste nähert sich der Ecke, in der er sich schon den ganzen Abend versteckt. So, gut. Wie reagieren wir? Der Wahnsinn spricht. Drei kommt schon. Bernhard erzählt uns eine Geschichte. Da waren wir wieder ganz freundlich zu ihm. Wahrscheinlich ist er komplett verwirrt. Die Gäste gehen bis zum nächsten Mal. Ansonsten nichts großartig ist passiert. Was? Flausch, der entzückte Vasal. Bei meinem Spaziergang sehe ich, wie mein Vasalprinz Eneko neben meiner Katze Flausch kniet und sie sanft streichelt. Ihr habt da ja eine zauberhafte Katze, mein Fürst. Ja, natürlich. Okay, der gewinnt eine Meinung. Der ist schon uralt, der Typ 74. Wahnsinn. Das ist der, der das Knie gebeugt hat, beziehungsweise Vasal geworden ist. Aber vermutlich hier... Oh, die Hingabe des Troubadours vermutlich hier durch die Erbschaft dann wieder ausscheiden wird. Und seine Grafschaft. Ein Troubadour wird bald am Hof von Toulon auftreten. Man könnte ihn einfach bitten, die Vorstellung zu ändern und sie Gräfin Richenda zu widmen. Ihr gilt meine Liebe. Wisst ihr was? Auch bei diesen Sachen. Wir sind da nicht unendlich konsequent. Auch hier wird der Wahnsinn sprechen. Und der entscheidet. Ich verlasse mich bei meiner Verehrung lieber auf verschleierte Andeutungen. Ja, okay. Alles klar. Ein Komplott wird laufen, das unklar ist, wie es ausgeht. Wir bekommen aber gleichzeitig Anspannung, weil wir ungeduldig sind. Ja, so ist es dann eben, ne? Und wie geht es aus? Wir wissen es nicht. Eine Fraktion hat sich direkt aufgelöst. Okay. Vermutlich sind die auch alle komplett verwirrt von dem Verhalten des Königs. Er hat noch... Er will noch eine Unabhängigkeit hier unterstützen. Nun gut. Ah, danke für euer musikalisches Geschenk. Ich wusste die Darbietung des Tobados sehr zu schätzen. Mir war schon immer klar, dass ihr einen vortrefflichen Geschmack habt. Damit kommt er also zum Ziel erwachendes Interesse. Das Ganze hat nun mehr Chancen, aber wir sind eh schon bei 95%. Okay, also das ist jetzt die Eroberung. Ja. Trivialtitel verkaufen? Hm. Ja, warum nicht? Streuen wir das mal ein. Ich meinte, die Schatzkammer ist ganz gut gefüllt, aber sie kann immer noch voller sein. Das macht ja die Gier aus, gerade sowas. Wir werden Ehrenschriebe aufsetzen. Sehr gut. Mal gucken, was da passiert. Es ist mir zu Ohren gekommen, dass ihr Titel verkauft, obgleich ich selbst noch unangemessen für meine Dienste geehrt wäre. Gräfin Brigida mal wieder. Okay. Äh, ja. Alles klar. Dann setzen wir Prestige ein. Und sie gewinnt eine Ruhmstufe, wird von seinesgleichen akzeptiert. Eine Lesung in Toulon. Die Feierleichkeiten fanden langsam ihr Ende und die für den Abend vorgesehene Unterhaltung schien vorbei, als Gräfin Brigida eine Lesung vorschug. Bald schon ist ein Schreiber zur Stelle, der fragt, was die Gäste denn gerne hören würden. Und ich erkenne meine Gelegenheit, Brigida zu beeindrucken. Auch hier wird wieder gewürfelt. Eine Fünf. Das heißt, die letzte Option. Etwas, was uns wenig Bildung beschert. Ein wenig Bildung beschert. Der perfekte Start. Ernsthaft? Okay. Mal gucken, ob sie das toll findet. Oh, später kommt sie zu uns. Eine hervorragende Wahlgirar. Großartig. Prima. Schwelende Chemie. Erfolgschance steigt weiter, aber mehr als 95 Prozent kann sie eigentlich gar nicht steigen. Naja, wir werden sehen, ob wir da zum Zuge kommen. Hier gibt es irgendwelche interne Kriege. Okay. Gräfin Margarida. Geht es um eine Grafschaft. Greift Zentulo an. Unbedeutender Krieg hier in unserer Mitte. So. Und nun. Oh, Königin Mutter huldigt uns. Sie ist ja, dürfen wir nicht vergessen, immer noch eine sehr, sehr mächtige Herzogin. Ja. Aber auch hier. Ich bin hier konsequent jetzt bei den Events. Aber hier ist die Frage, wie wir reagieren. Und eine Sechs. Das heißt, er wehrt sie ab. Er weigert ihr den Zutritt. Verweigert ihr den Zutritt. Ihr Scharren an der Tür bedeutet mir nichts. Das ist sogar ein Akt der Tyrannei. Aber nur ein ganz kleiner. Aber da wir gerecht sind, eigentlich, führt das zu weitere Anspannung. Und damit sind wir wieder auf der nächsten Stufe. Und nun, mit der freien Himmel, Gräfin Reschenda und ich kauern Seite an Seite noch unbemerkt von der wilden Bestie vor uns. Meine Aufmerksamkeit hingegen gilt voll und ganz allein einer Sache. Besonders in jedem Augenblick, als die Jacke von Reschenda mich streift. Als ich mich umdrehe, um sie zu berühren, stelle ich fest, dass auch sie abgelenkt ist. Als das Tier schließlich im Dickicht verschwindet, ist unser nacktes Fleisch bereits von der weichen Erde umgeben. Und wir versinken ineinander. So. Auch jetzt spricht der Wahnsinn. Die Frage ist, ist das jetzt eine dauerhafte Sache oder nicht? Das wird sich jetzt zeigen. Ich würfle eine 2 und... Uh! Wir beide zusammen ist das Natürlichste der Welt. Okay. Diese Affäre bleibt also. Ja, okay. Damit sind wir, denke ich, an einem interessanten Punkt angekommen und werden erstmal diese Folge und auch diese Staffel beenden. Für mich ist jetzt so ein bisschen die Frage... Also ich finde das grundsätzlich erstmal jetzt mit, was den Wahnsinn betrifft, glaube ich, ganz gut bei den Events, das so zu handhaben. Weil zum ersten Mal, ich habe das immer bisher sehr viel defensiver genutzt, zum ersten Mal habe ich wirklich das Gefühl, dass der König irgendwie wahnsinnige Dinge macht. Das einzige Problem, was ich dabei habe, wenn wir jetzt aktiv was machen, zum Beispiel uns entscheiden. Oh, Alba. Wie auch immer, wenn wir uns entscheiden jetzt zum Beispiel, wollen wir vielleicht sie zu Frau nehmen, dann kommen jetzt natürlich die Eigenschaften wieder ins Spiel und aus Gerechtigkeitsgründen dürfte man das eigentlich nicht weiter so praktizieren. Ich würde sagen, das bleibt so ein Zwiespalt. Die Eigenschaften sollten nicht irgendwie gar keine Rolle mehr spielen. Ich glaube, ich bleibe mal dabei, dass das dann einfach eine heimliche Affäre zum Beispiel in diesem Fall wird, weil sein Gerechtigkeitssinn ihm dann doch sagt, nein, das ist nicht gut. Aber durch die Ereignisse gewinnt das dann trotzdem eine eigene Dynamik. Ich denke, ich werde so weiter verfahren. Ja, und dass er natürlich seine Frau umgebracht hat, ist ein starkes Stück. Jetzt ist die große Frage, wir werden dann natürlich eine andere Frau jetzt langsam mal finden müssen. Eine offizielle Frau. Die Affäre wird hier nun ja weiter betrieben werden, wie wir erfahren haben. Okay, für das Reich ist das natürlich alles nicht so gut. Er hat zwar relativ viele Soldaten, ist damit aber zum Beispiel lange nicht mächtig genug, um hier das Malikat anzugreifen oder auch dieses Malikat von Andalusien, weil die sind nämlich miteinander verbündet, waren sie nämlich eigentlich. Oder hat sich da was geändert? Ich schaue nochmal ganz kurz. Ringen. Ja, wir sehen, er hat 8000 Mann mit Verbündeten. Also in der Richtung sind uns die Hände gebunden und einen gerechten Krieg können wir eigentlich auch nur gegen die Muslime führen. Also ein Krieg gegen Christen ist für einen gerechten Herrscher, ohne jetzt wirklich ganz konkreten Anlass, die Juregründe oder so. Auch wenn er gierig ist, nicht denkbar, meines Erachtens. Aber ich bin mir ziemlich sicher, der König wird uns noch einige Überraschungen bieten. Wir sehen uns wieder in der nächsten Staffel. Schaut bitte in den Programmkalender, um zu erfahren, wann diese startet. Es ist ja immer noch reduziertes Programm. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.